Und es ist gleich weiter bei uns am Vintage Computer Festival Free Event mit dem heutigen Highlight quasi, nämlich der Badim Show Show, Schau und Show und Gäste. Ivan und Maria, Badim hat sich die Maske schon zurechtgelegt und es geht gleich los, nämlich wenn ihr alle herinnen seid, dann geht es auch schon los. Ich habe meine Maske wie immer und das Hauptthema bei uns heute ist die, wie heißt das? Kalinka-Malinka? Nein, Tetris. Kalinka-Malinka. Nein, unser Thema heute ist Tetris. Ja, das ist das einzige Spiel, was ich hier gespielt habe und wir machen es kurz, auf jeden Fall, keine Sorge. Let's go. Bei uns ist Ivan Marsha Künzli, er ist eine super Gitarrist. Maria Poganski, meine Frau und deine super gute Keyboard-Marsha, Marsha, sehr berühmt als Keyboard-Spielerin. Okay, ich brauche ein bisschen Applaus. Bravo, Leute! Bravo, Leute! Ja, let's go. Let's go. ... Amen. 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 Amen.